Haustiere sind treue Lebensbegleiter und gute Freunde. Ihr Verlust trifft die Menschen meist unerwartet und ist daher sehr schmerzlich. Die Oberland Haustierbestattung in Miesbach, München und Landshut steht Ihnen in dieser schweren Stunde mit Trost und umfassender Betreuung zur Seite. Die Spezialisten erleichtern Ihnen den Abschied und sorgen dafür, dass Ihr Haustier den letzten Weg in Form einer Feuerbestattung würdevoll bestreiten kann. Hierzu steht eine große Auswahl an stilvollen Urnen und Aschemedallions in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung. Auf Wunsch wird außerdem ein Tierporträt als bleibende Erinnerung erstellt. Selbstverständlich holen die bayerischen Tierbestatter auch ihren verblichenen vierbeinigen Freund vom Tierarzt oder bei Ihnen zu Hause ab. Verlassen auch Sie sich für einen angemessenen Abschied von Ihrem Haustier auf die Oberland Haustierbestattung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017